Der Siderische Mondkalender von Susanne Seemann zum 7. Mai 2024 Heute beflügelt uns der kraftvolle Einfluss des Widermonders mit seinem Vorwärtsdrang und seiner Entschlossenheit. Unter diesem energiegeladenen Sternzeichen fühlen wir uns ermutigt, neue Wege zu beschreiten und unsere Ziele mit Leidenschaft zu verfolgen. Es ist eine Zeit, in der wir unseren inneren Pioniergeist entfesseln und die Herausforderungen des Lebens mutig angehen können. Im Rampenlicht steht heute das Mondhaus Barani, das den Beginn und die Transformation symbolisiert. Unter dem Einfluss von Barani können wir uns auf neue Anfänge vorbereiten und uns von alten Mustern oder Begrenzungen befreien. Dies ist eine Gelegenheit, um innere Heilung zu suchen und uns auf einen Neuanfang einzulassen. Nutze diese Zeit, um deine vielleicht manchmal aggressive Energie zu fokussieren und den ersten Schritt in Richtung Veränderung zu machen. Gemäß der Überlieferung können heute bestimmte Aufgaben im Haushalt besonders erfolgreich erledigt werden, während andere besser vermieden werden sollten. Unter dem Einfluss von Barani können Tätigkeiten, die mit Reinigung und Vorbereitung verbunden sind, erfolgreich abgeschlossen werden. Es könnte eine gute Zeit sein, um sich von alten Gegenständen zu trennen oder um dein Zuhause für neue Energien zu reinigen. Vermeide jedoch übermäßige Sentimentalität und erlaube dir, dich von Dingen zu befreien, die du nicht mehr brauchst. Warum der Siderische Mondkalender Der Mondkalender von Susanne Seemann basiert auf dem Siderischen Mondlauf, der die tatsächlichen Positionen der Himmelskörper verwendet. Nur durch den Siderischen Mondlauf kann die wahre Energie des Kosmos integriert werden. Im Gegensatz dazu arbeiten tropische Mondkalender mit einem fiktiven Himmel und können daher nicht die volle Kraft des Mondes erfassen, wie sie sich in der Natur zeigt, zum Beispiel mit Ebe und Flut. Interesse an einer persönlichen Beratung? Kurze Frage, kurze Antwort Für eine tiefere persönliche Erkundung und individuelle Unterstützung bieten wir Beratungen an, bei denen du kurze Fragen stellen kannst und klare Antworten erhältst. Nutze doch auch diese Gelegenheit, um deine persönliche Entwicklung zu fördern und dein volles Potenzial zu entfalten. Du möchtest Siderischer Astrologe oder Siderische Astrologin werden? Lerne jetzt die Siderische Astrologie kennen. Interessierst du dich für die faszinierende Welt der Siderischen Astrologie? Dann vereinbare doch jetzt einen unverbindlichen und kostenlosen Telefon oder Zoom-Termin mit Susanne Seemann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017